ganz genau so macht man lebendigen wackelpudding ich mag die gelben schalter nicht und die mag ich auch nicht die sind one hit also die töten mich mit einem hit ich weiß nicht wo ich die mal reinlocken könnte das ganze dorf da rein ich bin doch keine jetzt bitte nach da oben ich wollte ich eigentlich nicht haben ich muss selber erst nach da oben wo ich darüber kann wo ist das token da unten warum denn jetzt daran das kann ich gleich neu starten er fährt dann natürlich direkt in die andere richtung dass er geradeaus weiter fährt ich möchte dich bitte da oben haben wir das geht ja nicht selber schaden die beiden schon mal jetzt muss ich noch da oben ich bin noch einmal kurz durch ich glaube das war richtig ich habe ihn nur einmal damit getrunken das tötet ihn nicht direkt alles klar alles klar dann machen wir das das müsste es gewesen sein jawohl kaum noch pudding über aber level geschafft auch wenn wir so einen kleinen kamikaze angriff mit drin hatten geschafft ist geschafft und die sehen sehr glücklich aus bestimmt eine tolle party auch nie ich mag ja die musik dazu gerade so so ich wollte eigentlich direkt nochmal drücken aber es ging nicht eh ah nicht genug zeit gehabt egal ich habe kopf mit dem drehen habe ich genug zeit ich hätte eigentlich in eine andere richtung drehen müssen um das level ohne schaden zu nehmen also vorher dann auch noch aber egal so gute reaktion habe ich nicht und ich kann mir nicht merken was in welche richtung geht ja kopfschmerzen sind nicht schön goldene hebel auch nicht zum glück habe ich glaube ich keinen gesehen jetzt kann ich selber die boxen setzen eh meh damit treffe ich selber na danke ich hätte ihn ja mal mit treffen können ganz ehrlich ganz ehrlich diese blöden mistviecher mit ihren maden nerven ziemlich die hier gehen ja noch die sind zwar schnell und und so aber ich dachte gerade oh nein aber das wollte ich eigentlich nicht auch mein gott ja wo fährst du jetzt lang schön interessant immer noch drei hebel vor mir man ich ändere meine meinung die nerven ziemlich ja gut gut christian gut gesetzt ich kriege einen applaus für dich selbst sehr gut gesetzt vergiss ruhig dass sie Zeit brauchen um sie aufzubauen auch man ist so nervig dieses level einfach weil so viele gegner hier sind so viele schnelle gegner so dann haben wir schon mal beides was war doof war auch doof gehen hier rum so wollte ich hier rum das war nicht rechtzeitig oh wow hä was muss ich nicht verstehen glaube ich da war ja auch noch ein hebel ich würde gerne einfach eine runde machen um den hier mitzunehmen die sind weiter reingelaufen die sind weiter reingelaufen der kommt wieder jod oh ne jetzt kommt der ja direkt hier raus eh wo kam der denn jetzt her ja danke boah ist das das ist richtig unfair gewesen dass er direkt noch einen hinterher schießt wie blöd war das denn jetzt nein danke ich könnte hier einmal eine runde machen um hier runter zu kommen natürlich schießt er in dem moment eine marde ab eine mistmarde tschüss tschüss wo kam er denn jetzt warum spawnen denn immer gleich zwei neue wo kam er denn jetzt ach da fehlt noch der Hebel na danke soo soo geschafft oder ja doch gar nicht nervig dass diese blöden maden dass sie immer sofort schießen und meinen damit aufhalten meinen schuss das finde ich ein bisschen ätzend ja die passen in eine geisterbahn endlich mal normale leute ja wollt ihr auch grad sagen das hab ich nicht geguckt haben immer dieser wechsel ich glaub das war sogar ziemlich gut sieht grad aus naaa hätte ich sogar einsetzen können hätte ich ihn gehabt soo ich hab mal den ersten Schlüssel nein hast du Glück die gingen gerade aus Och komm schon das war echt zu spät na danke ja 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 das nächste alles da unten ist das Ticket da würde ich gerne als nächstes hin ja schon verkackt da ist noch ein Schlüssel müsste ich hier irgendwo bauen soo soo den Schlüssel auch schon mal dann lass mal das Tor auf soo 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 soo